Hallo liebe Kursstufe 2, ich melde mich noch ein letztes Mal bei euch vor den Osterferien. Keine Angst, was jetzt kommt, ist kein Arbeitsauftrag oder sowas. Ich habe mir nur gedacht, vielleicht ist dem einen oder der anderen etwas langweilig, wenn jetzt nochmal zwei Wochen zu Hause rumsitzen angesagt sind und diesmal ohne in Urlaub zu fahren und ohne wunderbare Arbeitsaufträge und so. Und was ich gerne noch kurz euch mitgeben würde, sind einfach ein paar Filmtipps, was jetzt folgt, sind meine persönlichen Lieblingsfilme, die alle irgendwie was mit der Zeit des Kalten Krieges zu tun haben, mit der wir uns ja jetzt lange beschäftigt haben. Vielleicht kann ich ein paar von euch Lust drauf machen, sich diese Filme anzuschauen. Ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen und empfehlen. Und es geht gleich mal los mit einem meiner absoluten Lieblingsfilme, nicht nur in Bezug auf den Kalten Krieg. Der hat den etwas sperrigen Titel Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Der ist von Stanley Kubrick, den kennt ihr vielleicht von The Shining oder sowas. Einer seiner ersten Filme und es ist eine bitterböse Satire auf den Kalten Krieg. Und die USA kommen genauso schlecht, wenn nicht sogar noch schlechter darin weg, als die Sowjetunion. Was da passiert ist quasi, dass sämtliche Ängste und düstere Vorahnungen, die die Menschen damals umtrieb, auf die Spitze getrieben werden. Der Plot ist der, dass ein amerikanisches Bombenflugzeug aufgrund einer Fehlfunktion den Befehl erhält, ein Ziel in der Sowjetunion zu bombardieren. Und die USA versuchen, dieses Flugzeug aufzuhalten, beziehungsweise der Sowjetunion klarzumachen, dass sie jetzt gleich nuklear bombardiert werden. Aber es ist nur ein Flugzeug und es ist gar nicht so gemeint. Also ihr seht, alles ziemlich absurd. Der Film ist fantastisch, also ist unglaublich lustig und spielt sehr, sehr gekonnt mit einem todernsten, im wahrsten Sinne des Wortes, Thema. Film Nummer zwei. Das ist das Neueste in der Liste. Erst letztes Jahr rausgekommen auf dem amerikanischen Bezahlsender HBO, gibt es aber mittlerweile als DVD und in diversen Streaming-Angeboten, eine Miniserie namens Tschernobyl. Und was man da gemacht hat, ist, man hat mit etwas dramatischer Freiheit, also das ist keine Doku oder so, versucht die Geschehnisse bei der Atomkatastrophe im ukrainischen AKW Tschernobyl nachzuvollziehen. Das ist mit die beste Serie, die ich im letzten Jahr gesehen habe. Es ist unglaublich bedrückend. Also wenn ihr eh schon aufgrund der Corona-Krise keine sonderlich gute Laune habt, solltet ihr es nicht unbedingt anschauen. Es ist aber sowohl handwerklich als auch dramaturgisch absolut hervorragend gemacht. Und ihr werdet sehr viel lernen, denn die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass in Tschernobyl irgendwas Schlimmes passiert ist. Aber das wahre Ausmaß und vor allen Dingen, wie schlimm das noch hätte werden können, wenn nicht eine große Zahl von Menschen sich mehr oder weniger selbst geopfert hätten, um die Katastrophe aufzuhalten. Das erfahrt ihr sehr, sehr eindrücklich in dieser Serie. Also ganz große Empfehlung, aber nur, wenn ihr im richtigen Mindset dafür seid. Das ist ein Film, den habe ich glaube ich sogar angesprochen, als wir über die RAF geredet haben. Das ist eine Buchverfilmung. Es gibt ein sehr berühmtes Buch, der Bader-Meinhof-Komplex, kann ich euch auch empfehlen. Liest sich spannender als mancher Krimi, obwohl es wirklich ein populär geschichtswissenschaftliches Werk ist. Und das ist die Verfilmung des mittlerweile verstorbenen Bernd Eichinger mit typischen deutschen Stars wie Moritz Bleibtreu und so. Aber lasst euch nicht abschrecken. Der Film ist sehr lautstark, bunt, eindrucksvoll, nimmt es manchmal nicht so hundertprozentig genau mit der historischen Wahrheit. Aber man lernt sehr viel daraus, nicht nur über die Geschichte der RAF, sondern über die gesamte Zeit um 1968 bis in die 70er Jahre rein. Sehr viel, was die 68er-Bewegung ausgelöst hat und angetrieben hat, ist dargestellt. Zum Beispiel der Scharbesuch, der Tod von Benno Ohnesorg, das Attentat auf Rudi Dutschke und so weiter. Und es wird sehr anschaulich. Und ja, also ist eher so in Richtung Popcornkino angesiedelt, aber ist sehr unterhaltsam und geht vorbei wie im Flug. Guter Film. So, das ist der zweite Stanley Kubrick-Film in der Liste. Das ist einfach einer der besten Regisseure der Menschheitsgeschichte. Also, im größten Teil der Menschheitsgeschichte gab es keine Regisseure. Wie dem auch sei, Full Metal Jacket, einer der besten und berühmtesten Antikriegsfilme, die es gibt. Das Setting ist der Vietnamkrieg. Allerdings will der Film einen sehr unorthodoxen dramaturgischen Weg. Der ist zweigeteilt. Die erste Hälfte des Films spielt in einem Ausbildungslager für US Marines. Die zweite Hälfte, da gibt es einen der berühmtesten Schnitte der Filmgeschichte. Da macht es einfach zack und auf einmal ist man in Vietnam. Und dort geht der Film dann zu Ende. Der Film ist ein absolutes Erlebnis. Der reißt einen förmlich mit. Der ist sehr erschreckend, hat sehr ungeschönte Gewaltdarstellung. Aber es ist ein Antikriegsfilm und versucht, dem sehr schweren Thema Vietnamkrieg gerecht zu werden. Aber wer diesen Film anfängt und bei der absolut fantastischen 10-minütigen Eingangssequenz noch nicht mitgerissen ist, der braucht eigentlich gar nicht weiter zu schauen. Full Metal Jacket. Das ist der vermutlich intelligenteste Film in der Liste. Das ist jetzt kein Spielfilm, sondern eine Dokumentation. Nennt sich The Fog of War. The Fog of War ist ein amerikanischer oder ein englischer Begriff für das, was auf Deutsch der Nebel des Krieges heißt. Und das bedeutet all diese Dinge, die im Krieg unsichtbar sind, die man nicht auf den ersten Blick erkennt oder die der Krieg verschleiert. Und der Film ist eine Serie von Interviews mit einem Herrn namens Robert F. McNamara. Der war sehr viele Dinge in seinem Leben. Am bekanntesten ist er als amerikanischer Verteidigungsminister zur Zeit des Vietnamkriegs. War aber auch am Zweiten Weltkrieg beteiligt. Der hat quasi den Kalten Krieg an den Schalthebeln, an denen sämtliche Entscheidungen getroffen wurden, miterlebt. Ist ein höchst, höchst intelligenter Mensch, der sehr faszinierend erzählen kann. Und der vor allen Dingen, was selten ist, auch in Amerika selten ist, sehr selbstkritisch auch an das rangeht, was er früher gemacht hat. Also der bewertet jetzt im hohen Alter, ist mittlerweile verstorben, seine Entscheidung nochmal ganz anders. Und der Film versucht zu zeigen, was so seine wichtigsten Lehren sind, die er aus seinem Leben gezogen hat und bewegt sich quer durch die Geschichte des Kalten Kriegs. Man erfährt sehr viele Insider-Informationen. Gleichzeitig wird nochmal so ein komplett Abriss des Kalten Krieges quasi gegeben. Hoch, hoch interessant. Wenn ihr einen von diesen Filmen nur anschaut, schaut den an, obwohl es der anspruchsvollste ist. Und jetzt kein Actionfilm oder so, sondern eine reine Doku, aber es ist ein Film, den man eigentlich gesehen haben sollte. Hat einen Oscar gewonnen, ist ein phänomenal toller Film. Keiner kennt ihn, absolut niemand. Aber ihr kennt ihn vielleicht bald, denn ich habe ihn euch ja empfohlen. So, das war meine Liste aus fünf Filmtipps. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr ein paar davon anschaut und wir demnächst bald im echten Leben darüber reden können. Das war's. Ich wünsche euch schöne Osterferien. Bis danach, schlimmstenfalls weiterhin digital, im besten Fall wieder persönlich an der Schule. Tschüss.